herzlich willkommen zu eliminator spiele alle playstation spiele an und das kam im februar 99 muss man schon das hier und bin shooter nicht so gute kritiken bekommen bei manihek bei das man ziemlich enges zeit limit ziemlich öde shooterei haben sie gesagt ja du musst irgendwie eine gewisse anzahl von feinen erledigen damit du hier diese tore freischaltest und wie gesagt zeit sehr knappe messen okay versuche ich ein bisschen zurechtzufinden ist schwierig schießt jetzt gerade irgendwie nur in die luft warum auch immer da läuft ein timer okay erste hilfe habe ich nicht eingesammelt bekommen hat er jetzt sie ist also dieses muss halt super genau dabei sein wahrscheinlich hier war zeit läuft zeit läuft okay der grafik ist aber okay wenn du die fliecher die abend guckst hier das mit rückwärts bin ich noch nicht hin das hat jetzt vom setting und alles nicht mega spannend gemacht aber es war halt so ein bisschen 90er aus die explosion das war hell ich guck dann gleich mal ob ich noch andere sache ich dachte hier dann geht's guck gleich noch mal ob ich andere sachen machen kann ja gerade in der luft triffst du wohl feinde nicht fragt mich aber nicht wie ich in die luft ziehe hier guck mal mit den pfeil tassen ja super okay ach da fünf minuten ja okay zeit nicht dann nicht musste von neu starten oder kristall einsammeln ja also ne so an sich ja dieses rumsleinen ist halt so wie typisch gerade so bei den wildraum dingern das wenn du loslässt dass er noch um einiges weiter fliegt okay wieder die dinge das habe ich jetzt gerade eingesammelt geht trotzdem hier dann wohl so dann waren die dinge genau schaden bekommen gar nicht gut ja was ist der denn jetzt okay warum schießen die denn auf einmal ja der ist weg da muss man gleich mal gucken ob der was fallen gelassen hat kommt die denn jetzt auf einmal her sehr gut noch lebe ich ja ich bin aber fast tot super also gerade hoch zu lenken da ist jetzt wieder blöd ja okay fängst du das mal von vorne an ja gut haben sie auch so ein bisschen gesagt wenn du so auf dieses schwere stehst kannst du dir das spiel mal angucken also zeit ist momentan nicht das problem ja das leben alter die kamera ist auch viel zu nah super das ist nicht sehr motivierend gemacht so dieses treffer feedback allein die hitbox und alles wann hättest du noch mal so ein softlock genau das hat den gegner quasi einloggt wo er sich befindet und dann so ein bisschen ran geht an den gegner mit mit dem ziel fahrrad kreuz ihr wisst was ich meine vielleicht auch nicht also jetzt explodieren doch ja na klar ich probiere es mal aus super nach fünf minuten schieten wir ich will mal gucken von der zeit her ob ich das damals schaffen würde funktioniert das ja auch funktioniert wie geil ja warte mal ja warte mal ok weg ok alle weg sammeln das nochmal ein afrika ist ok ne du kannst jetzt nicht soo wollen meckern ok das hängen wir uns mit doppel raketen mal sehen ob ich die gleich irgendwo hier aktivieren muss immer gespannt ob wir die ganze ebene schaffen wir lassen kann ich ja ok zur seite sein hätte ich natürlich mehr machen müssen nur dadurch läuft das manchmal visiert er an und manchmal nicht jetzt weiß ich gerade übrigens nicht so von der entfernung ob ich dem überhaupt schaden gemacht habe das sind weg jetzt müssen wir anderen hier kommen genau bei denen wäre schon matsch gewesen so ich guck gleich ok heiß sind doppel raketen weiß alle ich hoffe na gut hätte ich sie früher benutzt wehe jetzt ist hier gleich das ende ja dann wäre es peinlich dass ich direkt geschütet habe hab anscheinend keine doppelraketen mehr haben wir es jetzt ok da lang nicht ok die höhe die höhe war es ok so jetzt ein bisschen runter gestellt ok war schwierig war schwierig das ist schon ein bisschen liebevoll ne und wir zwölf Entwickler saßen dran war wohl relativ viel das für die Zeit ja den muss ich vielleicht nicht zerstören aufpassen ach so ein Schubbanken nehmen solltest du nicht wenn dann schaust du das Level nicht ooooh lustig alter kamen noch kleine Spinnen raus ja ich verstehe den Sinn auf jeden Fall aber wäre es auch nichts wenn ich sage okay das muss ich durchführen ja ok hier gibt es Leben das werden wir nicht brauchen was ist das hier ach mehr Zeit oder was ahja ok Zeitbombe was ist das hier na mal sehen wir ob wir es überhaupt kriegen Rohre geöffnet alle oder was was ist das hier Wollter Zusatz die Explosionen sind ein bisschen langweilig gemacht würde ich sagen aber wie viel an wie vielen Orten du hier auch Schaden bekommen kannst ja der ging irgendwie schnell Energie Energie ähm ja bisschen mal Kreis benutzt aber hier Bolter Zusatz ja vielleicht verstärkt das so im Allgemeinen die Waffe ja komm 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 hauen weg ja ich muss ja ja ok das ist gar nicht meine Steuern mit der Pfeiltaste höher um dann ähm mit x äh Gas zu geben und mit 4 zu schießen ist hart ok vielleicht ist die Höhe ganz gut hier aber hier wäre es ja sowas von zerstört bleibt mir direkt die Stimme weg so der ist weg und der wenn man sich einfach gar nicht vermisst ist ja so gut ja die Waffe die normale verbessert sich ja so gut kann zusatz dass ich auch so anders wäre so etwas was ich lebe doch noch dachte okay ist alles auf null so schweren gegner zu treffen ja komm jetzt zieh doch hoch wo ich kann doch mit dem dual stick okay das macht sich auch bescheuert dann einfach gut bewegen muss ein bisschen länger machen damit er auch rüber zieht also sehr träge aber dann geht es auch damit ok er merkt wie die waffe stärker geworden ist treffen durch das meinten so wahrscheinlich mit gegnern die luft treffen ist ja schwer wo fliegen meine dinger gerade hin ich weiß auch nicht wohin einfach nichts mehr vier sekunden verstehe die idee ist aber definitiv nicht mein spiel ja wenn es euch gefallen hat super super gut ist super super gern daumen nach oben wünsche euch einen wunderschönen abend spielen alle playstation spielen und bis zum nächsten video